aber jetzt ein oder hinkommen weil ich könnte so schön wegsneiden panzer bei mir fahr weiter fahr weiter fahr weiter alle sind es die von der mission kann es sein so schmalen armen die grafik habe ich das schon mal ein bisschen runter gedreht dass du auf weiter leute die leute besser erkennst weil keine gräser mehr da sind und dann noch fünf kilometer laufen egal beim trader holen musst du erstmal hubschrauber wieder raus celebrity nutz hast du eine zeitschrift oder musst du eine zeitschrift holen ja wahrscheinlich oder sogar eine baracke in jedem kackdorf ist so eine militärbaracke na egal scheiß auf den gerade überlegt ob wir den abfahren sollen ach so weiter zu ich wusste dass er zu trader city fährt oder war zu offensichtlich dass er zu trader city fährt ja bis wir da unten gewesen aber wir haben eh keine machine mehr einzigen nachteil mit dem hubschrauber ist halt jeder hört dich kommen alle ja wo ist denn das ah die linke sind dinge zum panzer what 290 grad what the fuck alter gehört er zu der mission oder ach du scheiße es fängt auch noch an zu regnen der ist an what the fuck alter das fängt auch noch an zu schiffen ja was mit dem panzer der ist an auf jeden fall da fährt ein anderer hin alter was ist noch einer alter was ist das ist das die einfachste mission oder was oder was sind das leute die jetzt hier warten und dann die mission machen wollen what the fuck alter ich gehe mal weiter nach hinten ich will mal gucken ob das ob das jetzt die mission ist oder ob die da einfach nur rum hängen ich sehe die mission eine kiste und npcs bei der zweite auto ist weiter oder fährt dahin ja ein auto fährt bis sie wieder bis hin weg da steht ein quad da ist eine leiche wobei der mission ne zwischen dir und dem fahrzeug ok mit dem quad auch eine dicke waffe lassen wir hier rüber gehen wir müssen eigentlich hier drüben mit denen da nichts mehr am hut haben hoffentlich aber ja ich weiß auch nicht alter es ist ein miesiges gefühl die hören jetzt schiss und dann kommen die rüber gefahren oder was mhm nicht wie ein bot fährt zu dem ding hinten hin zu dem panzer ja und das andere fährt unten zu dem mission der ist eingestiegen ne der ist tot ach du kannst dir den panzer einsteigen du stirbst dabei füße doch der ist eingestiegen im panzer ja der ist wieder draußen die legen die mission die legen die mission der geht in das mg oben drauf und schießt die bots nieder ok und dann können wir die gleich weg holen der ist ein fahrer drin der muss von fahrer position zum schützensitz hoch ok kann man zu dir nach vorne können die gleich weg snacken aber die anderen was will denn da hinten die werden bestimmt auch kommen das sind zwei stück wie ich gerade sehe ja ja die werden mit sicherheit auch kommen deswegen bleib du vielleicht mal ein bisschen weiter oben hier fährt man ich schieße ihn irgendwo hin hast du geschossen? jo der fährt weg ich habe ihn vom looten abgehalten bild bild runter 400 meter der fährt rum und sucht jetzt wieder hast du das fahrzeug der muss in den oberen sitz umzuschießen dann kann man raus snipen jedes fahrzeug nicht naja ich bin auf der anderen seite von dem hügel quasi 240 grad der müsste jetzt in deine richtung her kommen ah ne ok von dir weg jetzt kommt er wieder wird mischen der andere kommt fuck oh heile was ist das ok der andere kommt der besucht jetzt halt ab haben wir fahrzeug kommt wieder irgendwo links jo also jetzt kommt der panzer auch noch und der rammt den was ist das halt irgendwie habe ich ein ganz und gutes gefühl wie ich hier gerade liege jo das fahrzeug ist bei uns oben alle durch den baum durch alter alter der ist jetzt an meine leiche ich sehe da ein leiche nicht keine wischen drauf ja der wird ja nicht so blöd sein wenn er jetzt raus geht und mich looten